So, Morgen. Wir sind gerade den Klangenrost losgegangen. Wir gehen jetzt auf die hohe Geige. Ca. 1700 Höhenmeter auf ungefähr 7 bis 8 Kilometer. Wir wollen über den Westgrad gehen und über die Brüsselsheimer Hütte. Startrichtung Südwest bis Nordwest. Wahrscheinlich am Viertelfirnfeld unterhalb vom Gipfel. Sonst auch noch die Möglichkeit nochmal 100 Millenmeter abzusteigen. Und dabei ist heute der Thilo. Schauen wir mal, wie es klappt. Auf geht's! Vorbei an der Rüsselsheimer Hütte auf 2323 Meter. Jetzt geht es dann noch weiter über den Westgrad. Steigeisen habe ich jetzt, nachdem ich vorhin bei der Hüttenwirtin angerufen habe, zu Hause gelassen. Es sind wohl nur ein paar Schneefelder oben. Also sollte auch ohne gehen. Vorbei am Gawinden auf 2648 Meter. Jetzt geht es dann nur noch weiter über den Westgrad. Auf die hohe Geige mit 3398 Meter. Hintergrundrichtung Pizthaler Gletscher und Wildspitze. Ein Traum! Überdichtung Pizthaler Gletscher! Überdichtung Pizthaler Gletscher Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020